Im einen Titel, den Johann Seiko, eine von Johann Seet-Experten Kalexiko, die ich kennengelernt habe, die sehr außergewöhnliche Musik machen und auch einen riesigen Fan-Kreis haben, obwohl man mit dem Mainstream eigentlich kaum was mitbekommt, außer von jedem Sendung, wo sie die Musik beigesteuert haben. Und das ist eigentlich schon ein bisschen dieser Trost, dass es auch ohne, es geht glaube ich auch ohne Prosi im Endeffekt, wenn die Qualität stimmt. Ja, dann ist es ein Walzer, und zwar ein gesunkener Walzer, Sunken Walls. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung 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 des ZDF, 2020